Wenn man bedenkt, ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war, ich glaube im letzten Jahr, als ich das letzte Mal hier in Magdeburg sein durfte und konnte. Wir haben ja schon so viele wunderschöne Sendungen hier gemacht. Ich glaube, ja früher hieß es noch die Bördelandhalle, ne? Jetzt habe ich irgendwie wo gelesen, dass es ein ganz anderer Name ist. Bitte? Bitte? Ah ja, okay. Ja, so wie in Köln hieß es ja auch mal die Köln-Arena, heute heißt es ganz anders. Also es ändert sich vieles und ganz schnell heute, wie wir es oft erleben und so vergeht auch die Zeit sehr schnell, meine Damen und Herren. Also wenn ich mir denke, dass ich vor einem Jahr, dass es schon wieder ein Jahr her ist, seit ich das letzte Mal hier war, sieht man mal, wie doch wirklich die Zeit vergeht. Jetzt haben wir in ein paar Wochen schon wieder Weihnachten. Also mir geht es so, dass ich mir denke, die Zeit vergeht immer schneller. Geht es Ihnen genauso? Kaum hat es die Woche angefangen, am Montag ist schon wieder Freitag und die Woche ist schon wieder vorbei. Also ja, irgendwie hat man das Gefühl, die Zeit ringt einem förmlich durch die Hände. Und das Schöne dabei ist, immer wenn ich so nach unten schaue, kann ich immer wieder feststellen oder auch nach oben, Sie haben sich wieder einmal überhaupt nicht verändert. Gott sei Dank.